Na, kommt mal her. Mach mal. Fass den mal an. Toll. Und die Haut ist so zart. Er ist ja auch noch so jung. Aber er ist ein guter Kerl. Wirklich ein guter Kerl. Was hat er denn jetzt? Tja, manchmal hat er seinen eigenen Kopf. Das macht die fremde Mentalität. Wollt ihr was trinken? Gern. Einen Kaffee. Paula, du auch? Ja, aber nicht zu stark. Momentchen bitte.